Tja, tja, tja und jetzt schlatsch, schlatsch, schlatsch! Also diese Hochzeitsfeier und das Satz meines sein darf und ich glaube ich spreche bei uns beide und ich habe von allen Hochzeitsgästen, ich habe keinen gehört und ich denke also jeder, Alex! Noch nie so eine Hochzeit miterlebt, alle sind weggeblasen, was eine riesengroße Feier, da hast du unglaublich gut gemacht alles, danke, 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 danke. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank.